Mein Name ist Benjamin Schlemmer, ich bin 21 Jahre alt, ich bin jetzt im Jänner bald Zivildiener, ich spiele Badminton seit ich 10 Jahre alt bin, ich bin dazu gekommen durch einen Volksschulfreund, meine Spezialdisziplin ist Doppel, mein Trainer ist Daniel Grasmück, ich trainiere in Mödling, ich trainiere fünfmal in der Woche, einer meiner größten Erfolge ist der U22 Staatsmeistertitel, mein Vorbild ist Roman Zierwald. Untertitelung des ZDF, 2020